Heute zeige ich euch, wie ihr das Wort Verantwortung ganz leicht aussprechen könnt. Das Wichtigste bei diesem Wort ist der Präfix FA. Wir schreiben die Buchstaben V, E und R. Aber wir sprechen diese Silbe sehr kurz und unbetont. Wir sagen nur FA, FA, Verantwortung. Hierbei ist es sehr wichtig, dass du diese erste Silbe wirklich sehr, sehr leicht, kurz und unbetont aussprichst. Es ist wirklich nur ein kleines FA, FA. Der Wortakzent liegt auf der Silbe ANT, Verantwortung, Verantwortung. Und noch ein letzter Tipp. Pass auf, dass du den ANG-Laut in der letzten Silbe nicht sprengst. Sag also nicht Verantwortung. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen und hilft dir weiter, flüssig und natürlich Deutsch zu sprechen. Lass gern den Daumen oben da und abonniere für mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sprich Deutsch Mit Language Coach Institute